UNTERTITELUNG König Herodes hat irgendetwas vor. Maria! Du bist in Gefahr. Du musst jetzt ganz genau zuhören, was ich dir sage. Du willst, dass ich dir den Bauch kraule. Du springst runter und lenkst sie irgendwie ab. Hey, ihr arrigen Hunde! Du bist in Gefahr. Du bist in Gefahr. Du bist in Gefahr. Irgendwas scheint mit den Tieren ernsthaft nicht in Ordnung zu sein.